Welcome back und willkommen zurück zu der weiteren Folge BRC Clubs. Es geht rein, 4,4 Kilometer. Können wir nochmal die gleichen Reifen einfach nochmal benutzen? Ja, sollten wir eigentlich nicht, aber könnten wir. Aber sollten wir nicht. Denn wir haben ja noch einmal Hard für Stages und dann nochmal die Soften für 2. Oh, eigentlich wäre hier Soft ganz egal. Ah, ne, die Aufteilung ist ja schrecklich. Ne, ich muss hart fahren. Ich muss hart fahren. Achso, und reparieren, tatsächlich. Voll vergessen, müssen wir auch noch. Übrigens, heute immer noch mit einem kaputten Shifter. Einfach, weil, warum nicht? So, das passt. Getriebe kurz mal austauschen und heiter weiter. 20 Minuten Getriebe, Snack, Snack. Haben sich noch Zeit gelassen, die Handwerker. Gehen wir rein? Wir gehen rein. 4,4, das ist ja nix. Start 170, scharf rechts, viel Glück. Jetzt wieder mit den Obachtsschaltvergängen. 5,4,3,2,1, go. 170. Langsam, Abzweigung scharf rechts. 100, Kuppe 80. Abzweigung scharf rechts. 200. Leicht eine blinde Kurve. Jetzt sind wir komplett im 90 Grad Sektor drin. Büsche haben ein bisschen gelenkt. 30, eins rechts, macht zu. 50, Kuppe 100. Abzweigung, eins links. 80, sechs rechts über Kuppe. 100. Ein bisschen spät überall. 40, rechts Kurs. 60. Langsam, leicht rechts. In Abzweigung scharf rechts. 180. Aber an sich, ich bin auf der Straße, ich bleibe auf der Straße. Sofort scharf links. Dann wird es automatisch eine gute Zeit. Leicht rechts, in Kuppe. 70. Oh. Nicht jinxen. Kuppe langsam. Aber gut, dass die Haarschaltung noch hält, ne? Ah, 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 ah. Kuppe 230. Oh nein. Keine Antikadbar. Sehr gut. Wir haben eine neue Route freigeschaltet. Eins links. 40. Langsam, lang Kuppe. 30. Abzweigung scharf rechts. 30. 1. 1 rechts, kurz. In 3 links. 110. Späte 3 rechts. Überkreuzung. 50. 3 rechts. 40. 6 links über Kuppe. 150. Abzweigung scharf rechts. 60. 3 links, kurz über Kuppe. 30. Kuppe in Senke und kleiner Sprung. 40. 5 links, halb lang. In Kuppe. 40. 2 links kurz. In 2 rechts kurz. 30. In 4 links kurz. Und Abzweigung scharf links. 120. 120. Sprung. 120. Welle. In Kuppe. Sofort 4 links. 70. Langsam. Abzweigung scharf rechts. 80. Abzweigung scharf links. In 6 rechts. In 6 links. 60. 6 rechts. Halb lang. 5 links. 60. Ziel. 50. Scharf links. Nicht, nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war alles viel zu knapp. Das war alles viel zu knapp. Das war alles viel zu knapp. Gerade mit dem vorletzten Bogen. Uiuiui. Und rechtzeitig angehalten bin ich auch nicht. Naja. 0303 bin ich gefahren. Und 0303 bin ich. Die 3 ist es. 9,6 Kilometer. Kurze Folge. Immer noch Nacht. Hier entweder einer. Stopped wedling. Links der Spiegel ist gut. Aber die ist auch auf dem Rückspiegel. Die Stagecanva. Abzweigung scharf rechts. 100. Ohne Quatschfehler. Abzweigung scharf rechts. 200. Die Frage ist, soll ich jetzt den neuen erlernten Shortcut besuchen? Verdeckt. 130. Doppelachtung. Kleiner Sprung. 30. 1 rechts. Macht zu. 50. Kuppe. 100. It's fine. Abzweigung. 1 links. 80. 6 rechts über Kuppe. 100. Wow. Guter Bounce. 4 rechts kurz. 60. Langsam. Leicht rechts. In Abzweigung scharf rechts. 180. Okay. Eine Kurve besser gefahren, dafür die andere schlechter. Links über Kuppe. Sofort scharf links. Das Yen und Yang hat wieder zugeschlägen. Leicht rechts. In Kuppe. 70. Oh, die habe ich viel besser genommen. Okay, welche versauge ich jetzt dafür? Kuppe. Langsam. 50. Wir müssen ja alles im Gleichgewicht halten. Abzweigung scharf links. 30. Oh, schade. Ich wollte es probieren, aber der Busch hat mich gefresst. 1 links. 40. Langsam. Lang Kuppe. 30. Abzweigung scharf rechts. 30. 1 rechts kurz. In 3 links. 110. Späte 3 rechts. Überkreuzung. 50. 3 rechts. 40. Okay, das war ein bisschen. Touch too much. 6 links über Kuppe. Touch too much. Abzweigung scharf rechts. 60. 3 links. Kurz über Kuppe. 30. Kuppe. In Senke. Und kleiner Sprung. 40. 5 links. Halb lang. In Kuppe. 40. 2 links kurz. In 2 rechts kurz. 30. In 4 links kurz. Und Abzweigung scharf links. 120. Aber ein bisschen früh. Steine. Steine. Noch mehr Steine. Fotograf. Hab seine GoPro umgefahren. Damit muss er leben. Jeder hat heute seine technischen Schwierigkeiten. 70. Langsam. Abzweigung scharf rechts. 80. Abzweigung scharf links. In 6 rechts. In 6 links. 60. 60. 6 rechts rechts. Halb lang. Und 5 links. 200. Abzweigung scharf links. Leicht schneiden. 80. Abzweigung 1 rechts. 30. 30. 3 links scharf. In 2 rechts kurz. 30. 2 rechts kurz. In 2 links scharf. 150. 50. Grob. Welle. In 4 rechts. 70. Leicht links. Leicht links. 50. Leicht links. 50. 3 rechts. 3 rechts. Leicht rechts. 60. 3 links. Und 2 rechts. Leicht schneiden. Und Abzweigung. Kehre links. Und scharf rechts. Nicht schneiden. 100. Leicht links über Kuppel. Das war sehr gut genommen. Diese ekelhafte Dreckschitane. Ich mag es hier wirklich nicht. Hat aber vielleicht nicht rausgehört. Ich habe mich zurückgehalten. 1 links. Lang. Und leicht rechts. 50. 3 rechts. Macht auf und macht zu. 1 rechts über Kuppel. 40. 5 links über Kuppel. Und Wellen. 70. 5 links kurz. Und Kuppel. 80. Sprung. 120. Späte 3 rechts. 60. Abzweigung. Kehre rechts. 60. 6 rechts. 70. Timing stimmt wieder nicht so gut. 3 links kurz. Stimmt nicht ganz so gut. Kuppel. Langsam. 100. 6 rechts über Kuppel. Der Obachtabschnitt. 3 links. 50. 4 links kurz. 100. 100. 6 rechts. 160. Leicht links. 40. 5 rechts. 30. 5 links über Kuppel. 70. 4 links. Halb lang. Grob. 100. Oh, oh. Zu früh aufgemacht die Lenkung. Oh, oh Gott. Der Todesbusch. 6 links über Kuppel. Langsam. 70. 4 rechts über Kuppel. 50. 4 links kurz. Gewunden. 150. 150. Leicht rechts. 40. 6 rechts kurz. 60. Leicht rechts. Schnallen. In 4 links. Schnallen. In 6 rechts. 50. Puh. 5 links. 30. 3 rechts. Bremsen für die Rotation. 3 links. Damit sie nicht weiter geht. 4 rechts scharf. 60. Und auf dem richtigen Punkt, der gefühlt immer anders ist, Gas geben und hoppen. 7 und 4 links bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 6 Minuten. 17,4. Ja. So. War gut. Bei einer kurzen Folge sind es zwei mal das gleiche gefahren. Mit verschiedenen Ergebnissen. In der Realität, wenn man die gleiche Stage fährt, fährt man schon schneller. Weil man kennt es ja, man kennt die Bedingungen, die Straße und alles. Ich mache es anders. Ich fahre das erste Mal schnell. Dann wird es schlimm. Naja. Unter 40 Sekunden sollte man gefahren haben. Das ist schon sehr quinsch. Was ist das hier? Schweden, ne? Bye, have a great time.